So wunderbar. Das hätten wir. Komm runter. Na klasse. Na klasse. So, dann hoffe ich mal, dass wir... Huch! Na klasse, na klasse, na klasse, na klasse. So, das hätten wir. Erstmal ne Fackel hier hin. Da geh ich ja eh nicht hin. Zu der... Scheiße. Das war knapp jetzt. Ich möchte nämlich ungern sterben, weil ich in die Lava falle. Ehrlich. Ich glaube, ich sollte die Lava auch gleich mal verbauen. Also so verbauen, dass wir da gar nicht erst reinfallen können. Puh! Ja, wir kommen immer weiter runter, Jungs und Mädels. Immer weiter runter. Und was uns da unten erwartet, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch gar nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Aber sagt es mir nicht. Sagt es mir nicht. So. Toll. Toll. Super. Das hätten wir. Äh, ne, 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 ne. Baue ich hier erstmal ne Dingens runter. Ah, diese scheiß fucking Fledermäuse hier überall. Komm her, du Mist-Sack-Pieh. Geht doch. So, zack, zack. Dann nochmal hier in der Treppenstufe. Dahin, dahin. 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 Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Springen wir mal rüber. Uff. Einmal ne Fackel, bitte. Hallo. Dahin. Danke. Nehmen wir das nämlich erstmal alles mit. Das Eisenherz. Ich glaub, das da oben ist Silber, ne. Jaja, das sieht aus wie Silber. Scheiße, wo landet ihr denn jetzt hier? Ah ja, es sieht aus wie Silber. Schmeckt wie Silber. Perfekt. Wunderbar. Das wollte ich doch haben. Bäh. So, wo sind jetzt meine... War ja klar. Wo sind meine Steine? Wo sind meine Muschis? Wer kennt den Film? Wo sind meine Muschis? Na, wer kennt ihn? Hau hei, Mann. Mann, 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 Mann. Das ist der Film. Das ist der Kiffer-Film. Mit, mit, äh, wie heißt der? Redman. Und noch irgendeinem anderen schwarzen Rapper. Super witziger Film. Könnte ich mich fortschmeißen, wenn ich den jedes Mal sehe. Fuck, schmeißen kann ich mich. Oh! Was war denn das jetzt? Alter, guckt euch unsere Energie an. Sag mal, warum ist denn dieser Stein runtergeplumpst? Ah ja, die Drecksau da oben. Das war eine Falle. Das war eine Falle, eine Verfickte. Unglaublich. Scheißvieh. Komm weiter. Weiß jetzt gerade nicht die feine englische Art hier irgendwie, das zu meistern. Aua. Aber irgendwie müssen wir das ja hier, müssen wir ja mal rüberkommen, ne? Das ist auf jeden Fall wieder ein Spinnwegen. Alter, Alter, wo bin ich denn hier? Das bauen wir kurz mal ab. Dann gehen wir mal hier weiter rüber. Komm, lass mal gucken. Sehr schön. Okay, natürlich. Och, hier guckt mal, Kupfer haben wir eben nicht mehr gehabt. Das nehmen wir doch gerade mal mit. Geil. Schön. Ist das nicht toll? Hier, eine Kupferader. Hammer. Hammer hart. Aha, noch mehr Laber. Uncool. So, dann bauen wir uns mal schnell runter. Nur ein Stückchen. Nicht runterfallen. Nicht, nicht, nicht runterfallen. Wäre ultra uncool. Naja, okay, daneben ist auch eine Kupferader. Das nehmen wir mit. Wunderbar. Komm, das nehmen wir wirklich mit. Okay, wo kommen wir denn da? Scheiße, ey. Ah nein, da ist schon wieder irgend so ein Vieh. Oh. Noch mehr. Mehr Gedöns. Komm her. Heute noch, bitte. Geht doch. Ich würde auch gerne mal nach links. Scheiß Vieh. Ah. Maul. Meine Fresse. Mann, 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 Mann. Das bauen wir erst mal zu hier. Oh. Gut, dass ich es zugebaut habe, ne? Jetzt kommen es aber alle hier. So, sehr gut. Äh, das wollte ich. Jetzt wird es ja langsam richtig spannend. So, das ist schon mal gut. Warum, ich gehe mir einfach mal so rüber. Ich hoffe mal, dass da jetzt kein Zeug runterkommt oder rüber. Naja, okay. Das hat sich sowieso damit erledigt. So, das hätten wir. Oh, Gott sei Dank. Toll. Nichts. Was ist denn das da drüben jetzt? Seht ihr das glitzern? Darum ist, äh. Scheiß drauf, wir gehen mal durch. Ist das Silbermünze, glaube ich. Hier unten ist, äh, Erz. Ja, sag ich doch, Eisenerz. Stipp, du Drecksack. Wunderbar. Ja, ja, wir kommen, wir kommen so wunderbar durch. Gerade mal schnell. Einen Haken. Okay. Äh, was schmeißen wir weg? Das schmeißen wir weg. Das Eisenerz bleibt. Was ist das denn? Lehnblockblock kommt weg. Flammblock kommt weg. Bumerangblei öppt. Das kommt weg. Riesenwurm schon wieder. Okay, wir finden hier wirklich irgendwas. Oha. Alter Vater, ey. Diese Scheiße da Eis. Oh, mein Verfresse. Merkt ihr das? Die Fledermaus ist gar nicht so super geil, wie ich gedacht hab. Denn wenn die uns, äh, wenn die Schaden austeilt, dann weichen die Gegner nicht zurück, wenn wir die treffen. Ist doch ein bisschen ätzend. Auf Dauer. So, scheiß drauf, wie gehen wir da hin? Ah. Na komm her, sterbt. Wunderbar. Wir könnten auch weiter runter. Das wäre mir, ehrlich gesagt, auch kurz am liebsten. Nachdem ich hier kurz ein paar Sekunden gewartet habe, kann ja sein, dass wir noch einen Heiltrank brauchen. Und ich mach das hier mal kurz zu, dass die uns nicht hochkommen. Und hier eine Treppe hin, dass wir wissen, alles klar, da kommen wir lang. Komm, das kann ich doch hier verbinden. Super. Ja, unser Inventar ist auch schon fast wieder voll. Das ist scheiße. Ei, 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 ei. Das war jetzt nur Glück. War jetzt wirklich nur Glück. Schnell Steine darüber. Da drauf bauen. Oh, guck mal, da ist sogar ein Herz. Nein. Oh, Glück gehabt. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Das baue ich zu. Die Lava baue ich zu. Bevor wir da durch sterben, hab ich nämlich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Dass wir durch so verfickte Lava sterben. Hier, wir haben wieder ein Lebenskristall. Ist das nicht geil? Gucken wir mal kurz. Komm mal runter. Okay, das hat nichts gebracht. Du Fickwurm. Fickwurm? Du Pisswurm meinte ich. Fickwurm. Oh Mann. Okay, ihr merkt das schon. Je weiter wir runterkommen, desto seltener sind die Sachen hier unten. Egal, wir gucken mal weiter. Wir weichen dem Lava-Zeug mal aus. Bauen wir uns mal kurz rüber. Ich müsste gleich mal, glaube ich, noch ein paar Fackeln machen. Oh, guck mal, da ist auch irgendwas. Da oben. Was ist das? Ein Toppers, wunderbar. Ein Knoppers. Leckeres, scharnuckeliges Kanoppers. Schön. Das ist doch wunderbar. Was haben wir jetzt hier? Kacke, ey. Gut, da ich das da oben zugebaut habe. So kommen uns die Gegner nicht mehr entgegen. Zumindest von oben. Ein Amethyst. Sehr gut. Es speichert wieder. Es ruckelt dann immer, wenn es kurz speichert. Das nervt ein bisschen. Aber gut, was willst du machen? Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass das hier gerade ein bisschen öde ist, wahrscheinlich für euch, weil ich hier einfach nur ein bisschen rumlaufe und ein paar, ja, Kieselsteine abbaue. Aber mein Gott, das muss ja auch sein. Schließlich. Schließlich müssen wir auch weiterkommen irgendwie. Denke ich zumindest. Und, oh, da hinten ist Gold oder was? Ja, das ist Gold. Gold! Hammer. Da bauen wir uns doch kurz mal ein bisschen höher. Alter, was eine Ader. Hammer. So, dann machen wir das nämlich kurz hier so. Komm ich auch? Ja, wunderbar. Weil dann kann ich nämlich hier rüber bauen. Ja, gut, das ist leider nur ein bisschen Gold. Aber es macht nichts. Das macht gar nichts, denn wir bauen das hier kurz zu. Was? Wann geht denn das nicht? Lass mich raten. Ja, ja, ich verstehe. Okay, alles klar. Wir müssen noch mal eins höher. Seid mir nicht böse. So, jetzt aber. Nicht reinfallen. Sehr gut. Das hätten wir. Boah, jetzt wäre ich fast doch reingefallen. Glaubst du es denn? Eieieiei, alter Hatte, ey. Ja gut, wieder Eisenerze, aber mein Gott. Was willst du machen? Ohne Eisen ist nichts los, ne? Mit dem Scheiß. Wie viel Kupfer-Eisen-Stacks wir jetzt wahrscheinlich mittlerweile haben. Unglaublich. So, eins noch höher, bitte. So, perfekt. Boah, scheiße. Wunderbar. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Gehen wir mal hier lang und runter, ne? Boah, Mann. Ja, wir machen das nochmal. Wir gehen mal hier lang und runter. Ich hoffe, dass wir das überleben. Wäre auf jeden Fall uncool, wenn wir das nicht überleben würden. Habe ich nicht sowas wie einen Lava-Trank vielleicht? Nö. Ne, irgendwie nicht. Oder? Ne. Nicht ganz. Aber was ich machen könnte, ist, äh, schon einmal die Herzkammer aufmachen. Bing! Denn, äh, nicht, dass wir dann doch sterben sollten und dann ist uns dieses Ding durch die Lappen gegangen. Wäre irgendwie schade, ne? Können wir mal eine Fackel hinmachen. Da auch. Komm, da hin. Perfekt. Damit wir auch wissen, dass wir runtergegangen sind. Okay. Heiliger Pisse! Seht ihr diese Fledermäuse da unten? Unglaublich. Sehr gut. Okay. Dann, äh, buddeln wir uns mal runter, ne? Ui, 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 ui. Da würde jetzt eine Bombe gut passen. Ja, da würde eine Bombe sogar sehr gut passen. Ganz, ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Nein! Nein! Ah. Dazu muss ich jetzt nichts sagen, ne? Dazu muss ich jetzt gar nichts sagen, oder? Ah, was eine Pisse! Scheiße. Gut, dann auch schnell die Ausrüstung holen. Eine neue Ausrüstung. Zumindest eine Waffe. Haben wir nicht sowas wie eine Ausrüstung hier. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Äh, das ist mir auch zu doof. Was haben wir hier? Eine Eisenpisse. Darf ich den ganzen Scheiß wieder runter, ne? Fuck. Was haben wir hier? Kupfer. Komm, Scheiß drauf. Kupfer nehmen wir mit. Beziehungsweise das Kupfer. Dann bauen wir uns hier eine Rüstung. Und dann gehen wir wieder runter. Und, ah, das ist eine Pisse, ey. So, wo kann ich mir jetzt eine Rüstung bauen? Ach so, wir haben den Scheißdingen. Am Boss daneben, ne? Ja, ja. So. Ah, toll. Das war's schon, oder was? Ja gut, Scheiß drauf. Komm, fuck it. Äh, ja, haben wir angelegt. Gut, dann gehen wir auch wieder runter. Wobei, ich brauch aber erstmal... Wobei, Fackeln brauch ich gar nicht. Fackeln brauchen wir nicht. Wir holen nur schnell unser Scheißzeug. So, einmal da hoch wieder. Scheiße, das nervt. Das ärgert mich gerade. Zierrisch. Na gut. Ah, das schaffen wir. Wir schaffen das schon. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hundertprozentig lang gelaufen bin. Aber mein Gott. Ich glaub daneben. Unser schönes Zeug. Gut, dass ich wenigstens unser... Unser Herz benutzt hab. Wäre dann doch ziemlich ärgerlich geworden.